So, dann würde ich mal schauen, was der hier so hat. Ich hoffe ja nicht, dass der Kakao hat. Oder Tabak. Dann müsste ich den hier wirklich kriegen. Also Holz habe ich gerade auch ganz schön im Mangel. So, und dann wäre der hier. Und hier könnte ich auch noch einen hinsetzen. Also der hat noch seine Religionszugehörigkeit. Genau. Euer Volk braucht eine Schule. Wir brauchen eine Schule. Okay. Mein Volk braucht eine Schule. Das heißt, ich muss jetzt eine Schule bauen. Zum Beispiel. Da. Ich würde sagen... Ah, so rum wäre fast besser, ne? Aber nur fast. So, die beiden da oben kriege ich damit nicht. Deswegen... Wer hier... Ja, ich glaube, da wäre das Beste. Super. Haben wir den auch erwischt? Haben wir nämlich alle jetzt. So, dann ist die Frage, brauchen die jetzt noch RC oder steigen die jetzt so zu Bildern auf? Also einmal hier speichern. Gesichert. Passt noch. So, dann würde ich vielleicht, sag mal, irgendwo... Geht es noch nicht? Ne, ich kann noch keinen Galgen setzen. Ich kann hier Feuerwehr machen, aber keinen Galgen. So, das lassen wir jetzt erst mal. Feuerwehr können wir uns überlegen. Steine können wir momentan verkaufen, bis zu einem Bestand von 30 Tonnen. Aber 40 ist auch gut. Können wir sonst noch was verkaufen? Ungern. Obwohl, auf der anderen Seite. Ich habe ja laufende Kosten gemacht. So, 40 klingt gut. So. So, zack, 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 zack. Wunderbar. Alkohol würde ich ganz gerne behalten erstmal. Zumal der jetzt eh gerade wieder grenzwertig wird. So, und dann muss ich jetzt nach Tabak gucken, wenn ich das richtig sehe. Na du, dann schau du mal, was der so hat. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Hat Erz in mir. Es gibt Erz auf dieser Insel. Im Wesentlichen hat er Erz. Dann würde ich hier auf jeden Fall mal sagen. Ein Konkurrent hat eine neue Siedlung gegründet. Die Sau. Okay, aber die brauchen wir nicht. So, was wir mal machen können, ist die Wege fressen. Wunderbar, das haben wir jetzt auch geschafft. So, dann wollen wir mal da hin. Genau. Und, oh ja, das ist auch gut. So. Und mein Schiffchen kommt nach Hause. Und da müssen wir eigentlich den ganzen, das ganze Gezuppel einladen. So, also Bürger kriege ich noch nicht. Für Bürger brauche ich nämlich noch ein bisschen mehr Zeug. So. Tuckuckuck. Okay, die Sache mit dem Alkohol passt noch. Die Steine sind gerade ein bisschen problematisch. Die habe ich jetzt auch alle weggerotzt. Well, wer konnte denn ahnen, dass man die vielleicht für Dings bräuchte. So, also wir warten jetzt erst mal, bis wir Zeug haben. So, so gesehen hätte man die Schule eigentlich noch gar nicht bauen brauchen. Weil die uns eh noch nichts bringt. Also Holz brauchen wir auf jeden Fall. Holz brauchen wir auf jeden Fall. Oh, ein Dings brauchen wir auch auf jeden Fall. So, dann würde ich... Ja, tuck, tuck. Hier rum wahrscheinlich. Von der Lage ist es nicht ganz so gut. Wahrscheinlich würde ich mich mal gut da reinsetzen. Das ist vielleicht auch nicht blöd. Aber ich muss mal nach einer guten Position suchen. So, das Holz nehmen wir mit. Die Steine nehmen wir mit. So, und dann würde ich mal schauen. Tabak. Okay, acht. Wenn ich vier machen will, sind es acht, zwölf und vierundzwanzig. Acht, zwölf und vierundzwanzig. Ich brauche noch ein bisschen. Zumal der ja auch was kostet, der Konto. Also, acht, das wären elf. Zwölf, das wären achtzehn. Und vierundzwanzig. Okay. Also. Elf Hammer. Achtzehn Hammer. Vierundzwanzig brauchen wir noch. Aber die sollten wir jetzt auch haben. So, mein Schiff. Megalo. Bitte laden dich. Gut. Dann geht's mal mit dir nach da unten. Gesichert. 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 So, Bürger haben wir noch keine, ne? Natürlich nicht. Weil, ja. Die Sau. So, so, so. Dann flutscht du mal darüber. Und dann können wir mal schauen. So, so, so. So, und dann laden wir mal das Zeug aus. Was wir aber, bevor wir das machen, machen, ist hier einfach mal Kahlschlag. Scheißumwelt von Schmutzer. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das ist gerade das wichtigste Thema auf der Welt. Es ist auch berechtigt. So ist es nicht. Also, ich stelle es nicht in Frage. Aber hier sind wir ja nur in virtuellen Welten. So, da geht es halt noch um Wirtschaft. So, dann können wir eigentlich hier mal sagen. Tabak. War doch Tabak, ne? Ja, war Tabak. Tabak fällt. Tabak fällt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist super. Und hier geht es rüber. Eigentlich sogar einen hier weiter oben. Warum? Werden wir hier unten ja noch einen Weg haben will. Den vergesse ich ja öfters. So, dann können wir euch schon mal nehmen und darüber schubeln. Also, du kommst rüber, du kommst rüber, du kommst rüber. Und dann kann ich hier sagen, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Die Reihe wäre dann komplett weg. Und dann bist du das. Zack, zack. Wirklich? 1, 2, 3, 4, ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Ausgezeichnet. Und dann können die ja erstmal wachsen. Und dann würde ich zu dir schon mal sagen. Zack, hier wird eingeladen. Tabakwaren. Zack, hier wird ausgeladen. Tabakwaren. So, und da habe ich jetzt wieder zu kurz gedacht. Auf der anderen Seite. Vielleicht habe ich doch nicht zu kurz gedacht. Vielleicht machen wir halt Tabak und Tabak. Ja, dann können wir hier oben nämlich eine Tabakmanufaktur hinbauen. Und dann ist das einfach wirklich genau das, was wir halt haben. Die können wir ja dann sogar da hinsetzen, wenn die da reinpasst. Passt. So, dann will ich da mal kurz gucken. So würde es gehen. Wunderbar. Dann machen wir da nochmal einen Stein hin. Wir können auch nochmal kurz gucken, ob ich die Kirche umziehen kann. Die Kirche. Zack. So rum. Na, bedingt. Bedingt. Okay. So, wie schaut es aus? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Dann wäre das ja du. Und hier rüber. Genau. So, und dann können wir da eigentlich den Tabak reinhauen. Erste Plantage, zweite Plantage, zweite Plantage und die dritte Plantage. Kann ich schon sagen, fluff, fluff. Ach, nee, noch nicht. Okay. Gesichert. Wir speichern schnell. Wunderbar. So, es geht los. Und was wir eigentlich noch machen könnten, wäre. Zurückfahren. So, wir können hier nochmal kurz gucken. Was sagt die Kirche? Die Kirche sagt. Zu nah. Okay, die Leute müssen jetzt auf jeden Fall bald Bürger werden. Was sagt der Alkohol? Der Alkohol ist noch in Ordnung. Die Stoffe sind in Ordnung. Steine sind wieder in Ordnung. Holz ist wieder in Ordnung. Das Werkzeug ist auch in Ordnung. So, ich würde nämlich ganz gerne Steine abholen. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Können wir mal gucken. Die kleine Werft. So. Die Kosten sind gerade ein bisschen zu hoch. Deswegen muss es jetzt bald klappen. So, dann würde ich euch mal sagen, hier kommt alle hier runter. Und dann gehen wir wieder zurück. Wie gesagt, die Kosten sind gerade ein bisschen zu hoch. So, den ganzen Spaß sehen, können wir dann wieder zurückbringen. Aber wir können auch dort lassen. Hast du schon? Nein, hast du noch nicht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.